Können sieben Rocket League Platins gegen ein Rocket League Pro gewinnen? Finden wir es heute heraus. Rizios hat am Anfang des Spiels sehr defensiv gespielt. Da hatte er diese Möglichkeit kurz Platz gehabt und gönnt euch mal BOOM! Sehr geiles Tor. Dann hat ein Platinspieler hier neben dem Ball gepasst. Er legt sich den Ball hoch, spielt sich den Ball an die Wall und macht einen Double Charge richtig nice. Am 3 zu 0 konnte der Platinspieler den Ball nicht richtig clear und er spielt ihn nur in der Mitte. Und Rizios schiebt den Ball auch hier ins Tor. Jetzt hat Rizios probiert mehr in der Luft zu spielen. Das hat er auch gemacht. Hier schaut mal wie die Platins 0 Chance haben in der Luft. Am 4 zu 0 wollte der Platinspieler hier aufs Tor schießen. Der Ball breit perfekt für Rizios auf. Er macht hier ein wunderschöner First Touch, dribbelt den Ball. Und mit etwas Glück hier kriegt er den Ball auch noch ins Tor. Im nächsten Tor hat Rizios hier den Ball gecleart. Wollte anschließend zum Ball gehen, aber der Platinspiel war in dem Fall schneller. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das das 5 zu 1 Gs. Übrigens, das komplette Video könnt ihr euch auch auf meinem YouTube-Kanal AngezockTV angucken. Viel Spaß beim Zuschauen. mit Your